Musik So Martin, also wenn jemand das Speckbesteck zu Speck bestellt, was ist Speckbesteckbesteck? Es ist Speckbesteck, Speckbesteck. Speckbesteck, Speckbesteckbesteckbesteck. Das Speckbesteck ist zu spät bestellt. Ich hach euch gleich auf die Aare. Was? Halt! Ich hach euch gleich auf die Aare. Ich hau euch gleich A auf deine Aare und auf deine Aare A. Und auf deine Aare A. Es ist Aare wie ein Knallar. Es ist Aare wie ein Knallar. Und jetzt ein Rutsch. Ich hau euch gleich A auf deine Aare. Und auf deine Aare A. Und auf deine Aare A. Das ist Aare wie ein Knallar. Das Aare wie ein Knallar. Und jetzt haben wir das mit dem Speck ein. Und jetzt schaut's eigentlich mit dem ganzen Song nach. Oach Kratzlschwaff. Oach Kratzlschwaff. Oach Kratzlschwaff. Oach Kratzlschwaff. Oach Kratzlschwaff. Oach Kratzlschwaff. Einhörnlschwaff. Einhörnlschwaff. Oder so wie Speckstöckel, das ist der Tiroler Sprachtest. Aber die Köderin hat Speckstöckel, das ist bayerisch und tirolerisch. Achso, und wie klingt das Wienerisch? Nicht aufs Töckstöckel. Das ist Speckstöckel. Wir müssen auch nicht aufs Töckstöckel. Nein, wieso? Wir haben als der Wichter gesagt, das Speckstöckel-Spackstöckel. Das ist ein Tiroler.